Kim Kardashian ist berühmt für ihre Reality-TV-Shows, aber eine eidliche Aussage im Rahmen ihrer Scheidung von Ehemann Chris Humphreys könnte nahelegen, dass ihre TV-Shows weit von der Wirklichkeit entfernt sind. Chris Humphreys soll versuchen zu beweisen, dass Kim ihn nur geheiratet hat, um Aufmerksamkeit für ihre TV-Shows zu bekommen. Laut Medienberichten gibt ein Produzent in seiner Aussage Informationen darüber, was helfen könnte, das zu beweisen. Er gibt zu, dass Kim eine Szene noch einmal gedreht hat, in der sie verrät, dass sie Probleme in ihrer Ehe hat, nachdem sie bereits die Scheidung eingereicht hat. Auch ihr Weinen soll gefälscht gewesen sein. Und sie drehte ihre Reaktion auf den Heiratsantrag noch einmal, weil sie sich in der ersten Aufnahme nicht gefiel. Humphreys glaubt nun, dass ihm das helfen wird, zu beweisen, dass seine Heirat und die Show komplett gefälscht sind. Kim wird sich am 6. Mai vor Gericht verteidigen.